Equity Storytelling Equity Storytelling ist die Kunst, eine gute Equity Story zu erzählen und dadurch bei einer Unternehmenstransaktion einen besseren Preis zu erzielen. In keinem anderen Kontext sind Geschichten wertvoller als bei Venture Capital, Private Equity, M&A und Börsengängen. Für alle, die ein Unternehmen verkaufen wollen, lohnt es, sich mit den Techniken der Menschen auseinanderzusetzen, die vom Verkauf von Geschichten im Wortsinn leben. Also von Krimi- und Romanautoren, Drehbuchschreibern, Biografen und Reportagejournalisten. Equity Storytelling schaut nach Möglichkeiten, die analytischen und kreativen Fähigkeiten guter Fiction- und Non-Fiction-Autoren in den Kontext der Unternehmenstransaktionen zu übertragen. Das funktioniert überraschend gut, denn Equity Storytelling ist kreatives Handwerk, verbunden mit analytisch-strategischer Grundkompetenz. In diesem Vortrag erfahren Sie, wie Sie die Best Practices von den großen Storytellern à la Steve Jobs, aber auch von Thriller-Autoren und Hollywood-Filmen nutzen können, um durch eine packende Equity Story den Wert Ihres Unternehmens zu erhöhen. Vielen Dank.